Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten und zwar zum zweiten Teil von Swagbucks, denn wir schauen uns heute mal die Website an, wie die aufgebaut ist und was euch da erwartet, das seht ihr jetzt. Ja, hier sind wir jetzt nun auf der Website von Swagbucks. Wir gehen jetzt erstmal aufs Menü. Momentan habe ich 294 SB. So, die Startseite sieht wie folgt aus. Ihr habt dann hier gleich nochmal die Umfragen. Übrigens zum Thema Umfragen, ich habe jetzt gestern nochmal 8 Umfragen gemacht. Leider schlechtes Ergebnis, denn von diesen 8, da wurden gleich mal 7 Umfragen abgebrochen. Eine konnte ich machen. Leider ein schlechtes Ergebnis, schlechteres wie letztes Mal. Wenn das nicht passt, dann passt das nun mal leider nicht. Ist zwar schade, aber ist so. So, dann haben wir hier Shoppen und Verdienen. Sprich, hier hast du verschiedene Shops. eBay-Lieferando, IAG etc. Kann man sich dann auch alle einzeigen lassen. Jedenfalls geht es darum, dass du Cashback bekommst. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel bei eBay etwas kaufst, über diesen Link siehst du hier sofort 1% Cashback. Verdiene 1 SB pro 1 Euro. Also, wenn du 50 Euro ausgibst, erhältst du 50 SB zurück. Damit kann man, wenn man sowieso was kaufen will, etwas Geld zurückbekommen. Dann gibt es noch die besonderen Möglichkeiten zu verdienen. Das sind dann bestimmte Tests, Abos. Jetzt zum Beispiel hier Disney Plus. Verdiene 1.000 SB. Das ist dann ein Abo. Geld einfach versenden. Mit Weight Watchers abnehmen. CyberGhost Lotto gibt es auch noch mit drin. Da steht es dann sogar noch bei West Lotto zum Beispiel 2 Tipps für nur 2,35. Dann verdient man auch gleich mal 400 SB. Dann haben wir noch Sonderangebote entdecken. Spiele Dunder Casino, verdiene 3.000 SB. Details, spiele noch heute Dunder Casino, zahle ein und setze 20 Euro, um 3.000 SB zu verdienen. Also, ihr müsstet dann mindestens 20 Euro setzen. Dann gibt es hier nochmal die beliebtesten Verdienstmöglichkeiten. Ein Spieletest, da wird man mit Sicherheit garantiert ein bestimmtes Level etc. erreichen. Genau, Festungsstufe 22 in weniger als 25 Tagen. Gut, ansonsten gibt es hier noch die Prämien weiterhin, sprich Paypal etc., wo man die SB einlösen kann. So verdienen sie. Da ist nochmal gezeigt, wie man was machen kann und wie das funktioniert. Hier die Kapanz und Cashback, Angebote entdecken, Umfragen beantworten. Dann gibt es hier noch weitere Informationen, AGB-Datenschutz und dann die Kontakte. Hier oben links bei der Lupe hat man die Suchfunktion. In der Mitte den Kreis sieht man eine kleine Statistik, was man so gemacht hat. Und in diesem Fach hat man nochmal den Posteingang. Das wäre es schon im Großen und Ganzen. Kommen wir jetzt zum zweiten Fazit. Schöne Sache ist das natürlich, dass es nicht nur Umfragen gibt, sondern auch diese Cashbacks und Coupons und diese diversen anderen Tests oder diese Probe-Aus. Also relativ gut gestreut, die Angebote sind gut und bis jetzt gibt es von mir 4 von 5 Sterne. Im dritten Video sage ich euch, ob das mit der Auszahlung dann geklappt hat, wenn ich dann mein Geld erhalte. Bis dahin muss ich ja noch ein bisschen sammeln. Und dann gibt es natürlich das endgültige Fazit. Also, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal vor allem. Wenn ihr Fragen habt, dann oder wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr das Video toll fandet oder nicht so toll oder wie auch immer, dann lasst einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik